Jola, Ikaris1DG1XT und ich bin zurück mit einem anderen Teil des Let's Play Tekken Tekken Tournament 2 Und ich weiß jetzt noch wer mir fehlt, weil das hier ein Wiederholungspark ist Und jetzt machen wir Schnee Gange, mit dem kann ich überhaupt nicht spielen und deswegen vergessen wir das Schnee Gange Und wir nehmen Law, weil er ein bisschen Push braucht, weil er von True Tekken God zu Tekken God geslidet, geschrumpft ist sonst was Dann habe ich noch zur Auswahl Safina Kuma und Panda, aber ich bin mir nicht sicher ob ich die alle in einem Part zusammen kriege Also deswegen, ja, gut, hauen wir erstmal rein hier Ja, das hat ja schon mal gut angefangen Zack, 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 bam, 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 zack Falls ihr schon Part 15 gesehen habt, dieser Part ist übrigens auch ein Wiederholungspark Wisst ihr, warum ich hier gerade das Ganze so mache, wie ich es mache? Also wenn ihr gerade keinen Plan habt, switcht einfach mal kurz zu Part 15 rüber Zieht es euch kurz mal rein, dann habe ich wenigstens ein Klick mehr Von mir aus auch ein Dislike mehr Ja, weil ich, ähm, ja, ihr wisst was ich meine Gut Und dann hat sich das Mal gucken, wie weit ich komme, mal gucken, wie weit ich komme Nein, das wäre ein Fail Probieren wir mal einen Combo mit Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Machen wir mal einen Zehner Ein Zehner, ein Zehner, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Zehner, hey Schade, hab gewechselt Scheiß Computer So Zack, 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 zack Bam, bam, Mist, den hätte ich erweitern können Ha, hab ich sogar Das wäre ein Zwölf, fünfzehn Hitter Yeah Na gut Nach dem Zehner Hit wird es eigentlich nicht mehr wirklich dazu zählen, aber Ich kenne da einen Klick Ich höre einfach beim neunten Move auf und hole da meine eigene Extension rein Funktioniert nicht bei jedem Also außer bei Lore weiß ich jetzt nicht bei dem es sonst funktionieren sollte Bam, 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 mist Bam, nicht abholen, Mist Ja, ich bin grad ein bisschen fies, ist mir aber grad ein bisschen wurscht Dass sie gesagt übelst wurscht Und du verrückst, tschüss 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 Okay Baric und martial law Manche Leute fragen mich eigentlich äh Warum nimmst du nicht martial law, der ist doch besser und der ist der daddy und bla 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 Ich hab angefangen in Tekken 3, da hat mich law am meisten inspiriert, nein Tekken 2 war es sogar Und da war es einfach Forrest genau wie in Tekken 3 Was mich auch geflasht hat, weil es ja eigentlich der beste Teil ist und Marshall hat grad perfekt kassiert Und deswegen hab ich mich an Forrest gewinnt Und ich hab es gehasst Das ist eben Tekken 4 Tekken 5 Tekken 5 Und Tekken 6 Nur Marshall gab Ich hab auf Forrest gewartet Ich hab sogar schon Angst bekommen, dass er hier nicht auftaut Aber zum Glück haben sie ihn wieder reingebaut Man war ich froh als ich ihn gesehen hab Bam Und nochmal zur Wiederholung, damit man es nicht vergisst Ich spiele absichtlich nicht mit Gangryu, denn ich hab mit dem Typen überhaupt gar nichts drauf Ich weiß, den Typen gibt's schon seit Tekken 1, aber den seine Attacken, den seinen Style mit dem kann ich einfach gar nichts anfangen Ich kämpfe sogar mit Charakteren, die mir nicht so ganz liegen, wie zum Beispiel Anna, die mag ich auch nicht so und so weiter Und trotzdem kann ich ein bisschen was mit hier Tekken 5 hab ich mal richtig mit dir spielen gelernt Was ich glaube ich mittlerweile schon wieder vergessen hab, weil ich hier in diesem Teil wieder mit anderen Charakteren wieder zu viel geübt hab Auf jeden Fall, Gangryu ist gar nicht mein Ding Die Leute, die noch dazu zählen sind Lars Und Raven Und wer noch, lass mich mal kurz überlegen Lars, Raven Und Dr. Bosconovic hier Der hat mir in Tekken 3 auf jeden Fall mehr gefallen Ja, die anderen Sind wir grad wahrscheinlich zu unwichtig, um sie zu erwähnen, aber gut Komm, eine Attacke wenigstens Gut, hat getroffen Zack, 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 zack Mal sehen, was du so getroffen hast Okay, hätte ich nicht machen dürfen Egal Bam, bam, bam Bam, bam Bam, bam Bam, bam Hat getroffen, gut Zack, zack, zack Schade Ich Schade Ich hasse diese Attacke Entfernt sie, entfernt sie Sie bereitet mir nur Schwierigkeit Online, offline, überall Entfernt diese scheiße Attacke Lässt sie bei Marshall Ist mir völlig egal Aber macht sie bei Forrest weg Ich hasse diese Attacke Sonst krieg ich diesen einen Dreher da nicht hin Und somit funktionieren die meisten meiner Kombos nicht Das ist kacke Bam Jetzt komm schon Zack, 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 zack Zack, zack, zack Bam Jawoll Eat This Eat This Eat This Warum mach ich eigentlich nicht? Zu spät Bam Schade Echt schade Echt schade Echt schade Junk 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 Kisem Und los geht's Zack, 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 zack Bam bam, wapaaah Duke Wie das? Okay, das nimmt ja nicht alles ab. Aber das. Und ne fette Umdrehung. Und anderen ist dran. Und ich versuch den letzten Killmove mit Gangryo. Versprochen. Wenn ich's nicht vergesse. Bam. Komm, komm, komm. Zack, zack. Mist. Zack, zack. Zack, zack. Bam. Okay, das müsste reichen. Dann machen wir's halt mit dem Package. Tschüss. Und jetzt kommt Gangryo's Ending. Wada. Wada. Los geht's. Lives auf den Berg simplify. Oh? Was? Was? I-Ito-Sino Julia-chan die mit der Freundin… Ich bin... Oh... Ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Aber das ist... ... dass dieser Frau... ... ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Es ist aber ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Jetzt weiß ich wieder, was für ein Ending das war. Ja, ist witzig, haha, gut, Safina ist dran, Spaß beiseite, Spaß beiseite, gut, Safina, Safina, wo bist du, Safina, Safina, wo bist du, Safina ist doch der Älste, und dann nehme ich noch, Geh, Haubeikug, gut, Mal sehen wir, wie schnell wieder vorankommen, ich hab mit so vieler noch überhaupt gar nicht, gar nicht gespielt, selbst in Technik, gar nicht, gar nicht, deswegen versuche ich es jetzt einfach mal so, einfach mal button smashing hier, obwohl ich mir das nicht leisten darf, weil ich, ja, diesen Part schnell fertig machen wollte, aber gut, zack, darn it, fuck it, suck it, shake it, bang, na, ich muss wechseln, gut, nein, das ist nicht Aymor King, das ist King, mit seiner Aymor King Tag Team Kleidung, ganz gut, ? ? ? ? ? Mal gucken, ob ich ihn jetzt so down krieg. Nein. Leider nicht. Ein Sieg, neun Niederlagen und 100%. Klar. Es ist jetzt schon... Nein, das kann nicht der gleiche sein. Ich verwechsel da gerade irgendwas. Dann mach ich ihn halt anders. Oh, Mist, ich war zu langsamer. Wie ist das? Verweckt ein. Wow, ne Glücksbox, wir haben den Spunk. Sehr gut. 300.000. Fischermann. Edi und Bruce. Er... Die kennen wir doch ja nun, Herr. Palt. Palt. He dead. Klack. Herr, warum wächst die nicht? What the hell is going on hier? Lass. Übertreibs nicht, ja. Alle darfst du freiwillig jetzt. Mir reicht's. Pech. So. Ich hab 1888 Seelen. Gehen. Sumo, okay. Dazu muss man nichts sagen. Ähm, meine Frage, das hat sich bis jetzt noch nicht beantwortet und ich würde das gerne wissen. Obwohl ich das eigentlich, glaub ich, glaub ich irgendwann irgendwo mal selbst entschieden hab. Ähm, wer oder was ist Ray? Also die Geschichte, die kenne ich teilweise, ich hab sein Ending auch schon gesehen und so. Aber ich weiß immer noch nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Sagt mir das bitte mal. Ich hab gehört, ich weiß jetzt nicht genau wie es war, aber je nach, ähm, Dinger, also entweder USA oder Japan, was andersrum, das passiert ja mal öfter in Animes oder sowas. Das ist, glaub ich, in USA, hieß es, er ist männlich und in Japan weiblich oder umgekehrt. Auf jeden Fall gab's da Verwirrung und deswegen weiß man nicht genau, besser gesagt, ich weiß nicht genau, wer oder was Leo ist. Und wenn ihr das wisst, sagt mir einfach Bescheid. Aber ich wette, wenn ihr mir darauf eine Antwort gebt, dass es jetzt eine Doppelantwort gibt. Einer sagt von euch, das ist ein Junge und einer von euch sagt, das ist ein Mädchen. Wenn ihr...